Die Tanki Nummer 88, liebe Patty, da ist sie. Mich sehr gefreut, mal wieder die Kolibris zu nehmen. Liebe Grüße an Sascha. Wo ich dann noch die Metallspäne vom Feinstimmen raus machen. Ja, hier sieht man sie auch mal in der Sonne. Finde ich sehr edel. Und die ist auf der einen Seite gestimmt auf die Stimmen Mystic Qi. Beide Saiten haben den Grundton C, auch auf 432 Hertz. Das ist die Mystic Qi. Die andere Seite ist eine Integrale. Nennt sich die Stimmung auch in C. Die Stimmen Mystic Qi. Die Stimmen Mystic Qi. Die Stimmen Mystic Qi. Und das die Integralstimmung. Und das die Integralstimmung. Und das die Integralstimmung.